Okay, wir haben ja gesagt, wenn wir Gleichungen schnell und effektiv lösen wollen, dann brauchen wir eine verdammt gute Strategie. Und diese Strategie besagt, dass wir uns bei jeder Gleichung zunächst den Typen und dann das Tool ansehen. Willkommen bei Mathematik und willkommen in meiner kleinen Playlist zum Thema Gleichungen lösen. Wir wollen Meister oder Meisterin der Gleichung werden, um am Ende ein richtig stabiles Abi zu schreiben. Das ist zumindest die Aufgabe, der ich mich hier stelle. Und wenn du da mitmachen möchtest, mega geil, willkommen! In diesem Video habe ich eine kleine Aufgabe für dich, in dem du genau diese Lösungsstrategie mit Typ und Tool noch mal einüben kannst. Die Aufgabe lautet wie folgt. Wir haben sie. Benenne zu den folgenden Gleichungen jeweils Typ und Tool. Ich habe hier 10 Gleichungen. 4x²-8x-12 ist gleich 0, ist die erste Gleichung und so weiter. 10 Gleichungen und deine Aufgabe besteht jetzt darin, zu jeder Gleichung den passenden Typen und das passende Tool zu notieren. Aufgabe also, benenne jeweils Typ und Tool. Ich werde die Lösung dieser Aufgabe hier in diesem Video nicht liefern, sondern ich bitte dich darum, deine Lösung in die Kommentare zu schreiben. Dann kann ich einzeln darauf eingehen und wir können mal gucken, ob das alles klar geht. Und wenn du total lost bist und gar nicht weißt, was du tun sollst, schau gerne noch mal in das Übersichtsvideo, das verlinke ich dir auch noch mal. Nice. Danke dir fürs Mitmachen. Ich verlinke dir hier noch ein paar weitere Videos zum Thema Gleichungen lösen. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Ich freue mich auf dich. Lass es uns angehen. Lass uns gemeinsam besser werden in Mathe. Bleib stark und auf bald. Ciao und tschüss. Dein Rick. Lass uns gemeinsam besser werden in Mathe.